Ja, dann starten wir mal an, oder? Gucken wir mal! Das ist die Frage, wie machen wir? Wie machen wir? Würdest du jetzt einen Song rauspicken? Das habe ich auch schon überlegt. Das Ziel von der ersten 4 Pro oder von dem, was wir jetzt machen, ist ja, dass wir jeden Song mal haben, aber mit Gesang. Also Status Quo mit Gesang. Ich würde jetzt halt Song für Song so lange aufnehmen, bis wir sagen, der Take war geil. Ich glaube nicht, dass das One-Take werden. Nein, absolut nicht. One-Takes werden. Ich müsste jetzt halt noch für einen Song entscheiden. Irgendjemand, der safe ist. Ja, würde ich jetzt Revelations sagen, oder? Bist der schon so ultra safe bei dir? Ja, aber ultra safe wird es ja dann. Ja. 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 Ja, der war richtig gut, der Take. Die Bridge war recht sauber. Das hätte man fast verwenden können, oder? Ja. Ja. Wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn spielen. Ja. Und Stefan ist Frieder, vor, vor, pro. Sehr gut. Ist okay, oder? Revelations. Ich finde das kann man schon hören, aber... Ja, vor, vor, pro ist das okay. Den Schluss finde ich von mir, jetzt ist es gut, aber es ist nicht so, wie ich es will, aber... So, eins, zwei, so, ta-ta-ta-ta! Hey! Muss mal gucken, wie die herrscht und so, ob die wohlfühlst du so, oder? Ja, genau, mach halt, mach halt. Jetzt singst du auch noch dabei, bitte! Mutter ist so reich, aber... We are already there! Hold me now! Normal! Hold me now! There ain't nothing left... Scheiße! Hold... Oh, was war das für ein Knacksen, was hast du gehört? Ja, was auch. Ich hoffe, das war dann meine Stimme. Und, wie geht's dir? Es kommt auf YouTube. Wie geht's dir jetzt? Stefan, wie geht's dir? Schlappadabitum, schlappadabitum. Ganz so viel, wirklich. Danke der Nachfrage. Hast du schon was gemischt, oder? Nein, ganz ehrlich. Noch gar nix? Noch gar nix? Das hast du so lange ausgehalten, nichts zu machen. Ja, ja. Verzeltet gehabt. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich... Durch das, dass ich dir die... die Snare da reingelegt habe... Ja. Da habe ich die Snare nicht aufgenommen. Das ist jetzt halt so. Ja. Die sind ja viele Mikros mit oben, aber ich glaube, das habe ich schon. Ja, das ist schon ein wenig kacke, aber... Daran soll es jetzt nicht scheitern. Nummero zwei, once again. Ja. 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 Sekunde. Dann? Korean River Blues. Ja. 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 man merkt jetzt schon, dass es am Anfang eigentlich auf dem G war und jetzt ist es auf dem A, das merkst du jetzt. Wann hast du auf A geswitcht? Das ist schon lange her, das spielen wir schon lange so, aber live merkst du das gar nicht so. Das ist ja wurscht. Ja, ich hab das noch geil gesehen. Jetzt haben wir 150, probiere schon. Mach einfach mal rein, ja. Ach, schnell, ne? Ich glaub, das ist so schnell. Ja, aber weiß Gott. Das spielt nicht so schnell. Das spielt langsam. Also ich mein, für mich fühlt sich das jetzt echt geruscht an, ja. Dann machen wir auf 140. Das ist einsteigert. Du musst ihn eh mal anhören. Was? Das wird auch geil. Ja, das ist so schwer, ja. Ja, das ist so schwer, ja. Okay, ja, dann fangen wir quasi eigentlich nicht auf eins so. Nee, sondern direkt. Also quasi, hm? Dann fangen wir quasi eins, zwei, drei, vier, eins, zwei. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, wir sind auch wieder hart, aber geht schon, warte, warte, warte mal stimmen, ich habe neue Saiten drauf, der geht auf jeden Fall gut ab. Was? Das ist so.